Das geht ihr und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde GTA Online mit dem lieben Konstantin diesmal. Hallo. Ne, glaub ich nicht. Glaubst du einfach nicht? Ne. Wir spielen heute die erste Heißmission. Und jetzt fangen wir erstmal in meine Garage rein. Also, ja. Also, ja. Ja, siehst du auch so, oder wie war das? Ja, ich hab vergessen, was ich gesagt habe. Ne, ne, ne. Ne, es sind wenige, ne? Aber echt. So, komm mal zu mir hoch. Ich hab natürlich viel mehr. Ja, ich weiß. Ich hab sogar noch eine zweite Garage, weißt du, ne? Ne. Okay, hab ich aber. Alter, wie lange blockierst du denn bitte den scheiß Aufzug? Ja, richtig lange, Alter. Mein Schwanz muss halt da auch mit reingefahren werden. Okay. Dann geht es jetzt los mit dem lieben schwulen Konstantin. Der ist richtig kacke. Der kann übrigens gar nichts. Hab ich euch, glaub ich, noch nicht erzählt. Ah, ich kann voll viel, ja. Oh, ja. Komm mal ein, deine Mutter war umsinn. Ne, das kann ich besser. Oh, Gott. Ne, ne. Schon wieder nicht. Oh, das aktuelle Sitzung. Baldig. Ich hab dich schon eingeladen. Und du haust jetzt keine Bong. Du bist so ein Schwasti. Du Motherfuck. Mach hin, jetzt komm. Auf geht's. Ja, warte. Ja, warte. Oh, scheiße, ich muss einen Timer stellen. Fick hin. Ne, ich glaub, du machst selber kein Timer. Mach jetzt hin. Achso, du hast schon. Ich bin doch schon, du Opfer. Ne, du bist noch nicht drin. Du bist noch nicht drin, mein Lieber. Ah, jetzt. Natürlich. Halt deine Schnauze. Töne, go. Ist so ein Spastik. Äh, falls ihr euch fragt, warum ich mich ab und zu doppelt höre, das liegt an dem Schwanzlitzer. Konstantin, bei dem ist irgendwas scheiße. Nein, alles gut. Schöne, Mann. Nein, alles gut. Mein Schwanz ist klein. Äh, deine Vagina ist rein und ich stecke ihn jetzt irgendwo hin. Durch. Oh ja. Richtig krass. Okay, okay, okay. Alter, wie überdimensional riesig diese Lichtschalter sind. Okay. So wie's aussieht. Geil. Geht's schon weiter. Das heißt, wir haben den ersten Teil schon mal gespielt, aber da hat's dann irgendwie gehangen und die Aufnahme war sowieso fehlerhaft. Das heißt, es geht jetzt dort weiter. Es tut uns natürlich leid. Aber da ist sowieso nichts Spannendes passiert. Wir sind nur beim Auto gefahren und haben uns die Bank angeguckt, die wir ausrauben wollen. Und ansonsten haben wir nichts gemacht. Also nichts Spannendes. Jetzt geht's aber los. Jetzt geht's los. Geil. Jetzt müssen wir uns übrigens teilen. Ah, wir brauchen wieder eine Crew und so einen Scheiß. Hm? Blasen wir doch rein. Ja, dann blasen wir doch rein. Ja, ne. Hey, ja, warum liegt da Stroh? Ja, und warum hast du so eine Maske auf? Ja, dann blasen wir doch rein. Alter, nee. So, ich bin froh. Okay. Alter, ich hab so Bock jetzt da drauf. Ja, halt die Schnauze. Blasen wir doch rein. Okay. Okay. Hier ist auch kein Tafer. Verkünscht auch kein Haarsch. Okay. Okay. Wir müssen jetzt auf jeden Fall ein paar Vorbereitungen treffen. Wir sagen, wir versuchen es gut zu machen, oder? Ja. Hier ist ein Element davon, hm? Und wenn du das Auto hast, wir kommen zurück hier und sprechen. Okay, voll geil. Wir müssen uns das Auto holen, das Stück. Scheiße. Okay. Finde ich gut. Finde ich gut. Müsste beide Leute erschießen. Wenn du einen Raubüberfall gibst, hast du nichts Kosten zu decken, den Einsatz mit dem Geldbewerb. Ein Fluchteil für Fliegerüberfall. Es befindet sich momentan noch an einem Haarplatz, der überhaut. Okay. Eines arroganten Crew, eine arroganten Crew aus Little Seagull, okay. Okay, kommt schon bei dir was? Nö. Bei mir kommt nur oben links so ein Fenster. Nein. Vorbereitungen müssen auch nicht fließen. Aber bist du der Anführer oder bin ich der Anführer? Du bist der Anführer. Ja, locker bin ich der Anführer. Deswegen musst du was machen. Ja, noch sehe ich nur, nur sehe ich mir die Ausrüstung an. Oh, ja, dann musst du das machen. Dann musst du irgendwas machen. Bei mir steht nämlich, bitte warte, bis der Anführer die Einführung für die Raubüberfallplanungsaft... Du Schwuchtel, ich schaue mir nur die Sachen an. Ja, dann mach das schneller. Ja, was kann ich dafür? Ich kann... Ah, du halt die Schnauze. Als Anführer kannst du Mitgliedern für Raubüberfalle auswählen. Werde daher sollte das Spiel mit einigen Mitgliedern nicht funktionieren. Lade andere Spiele zu spielen. Und probiere verschiedene Kapitulationen von Spielern aus. Okay, das haben wir schon gemacht. Also, los geht's. Oh Mann, das ärgert mich jetzt ein wenig, dass wir das... Also, warte, ganz kurz. Ja, du hast ja trotzdem hochladen und so nachkommitiert. Was? Du laberst so in den Dreck? Nein, es hat nur einen schwarzen Bildschirm aufgenommen. Ja, ich hab's schon gelöscht. Achso, oh Gott. Nein, ich hab's schon gelöscht. Nein, ich hab's schon gelöscht. Ah, siehst du schon, wie wir aussehen? Äh, wie wir aussehen? Nein. Achso. Bitte mach keine so Sexglaube-Zeugel. Gespeicherte Auswahl. Nee. Eigene Kleidung. Anführer Komplett Auswahl, okay. Hör mal, hab ich jetzt... Anführer Komplett Auswahl. Anführer Komplett Auswahl. Willst du mal okay machen? Ja, will ich. Los geht's, du Schwuchtel. Ah, okay, okay, okay. Super, wir sehen richtig hässlich aus, du. Okay, warte mal. Okay, okay, warte mal, ich will erst mal richtig sexy aussehen. Okay, erstmal richtig aus. Alter, was hast du denn für eine Scheiße gemacht? Richtig schul, Alter. Ja, wenigstens ich mir jetzt nicht so den Bart nicht, Alter. Halt die Schnauze. Ja, wahrscheinlich. Alter. Alter, nee. Ist schlimm, dass ich auch nichts ändern kann. Getute das Fahrzeug. Welches wollen wir nehmen? Soll ich den Centorno nehmen oder den, den wir die ganze Zeit nehmen? Bei mir gibt's nur Tornado oder keine. Ja, ach was. Du Opfer. Okay, ich mach irgendwas richtig geiles, Alter. Oh ja, und? Was ist das? Was machst du, Alter? Ich wähl die Sache aus, halt noch die Schnauze. Ja, aber ich kann das nicht machen. Okay, das ist schon sexy. Und jetzt, jetzt hast du eingekleidet, Alter. Oh ja. Oh ja. Du weißt, Alter. Wetten wir, du brauchst noch diese ganzen scheiß vier Minuten, bis das automatisch angeht. Die Schnauze. Oh mein Gott, nein, mach das nicht, bitte. Oh nein. Oh doch, oh doch, okay. Ja, wir sind bereit zu spielen. Alter, guckt euch an, wie hässlich er ist, Alter, das ist so geil. Das ist ein Mist. Find ich nicht, ne. Alter. Richtig awesome. Ah, ich hab jetzt einen Centorno genommen, ne? Ja, mach das. Bestes Auto von dir. Kommst du rein? Kommst du rein? Ja, ich will ja nach dir einsteigen, weil ich nur was zu spüren möchte. Okay, wir müssen jetzt die Karre runter, äh. Ich bin ja nicht so nahe. Was ist denn? Oh. Ah, wir müssen da rein, okay. Ich bin ein bisschen scheiße. Also. Ich muss jetzt rein, ich muss jetzt rein. Also wir müssen jetzt, oder? Hey, bin ich irgendwie scheiße oder so? Du musst da reinfahren. Ja, ich weiß, aber da gibt's keinen Eingang. Hey, wo geht's hier rein? Doch, es gibt zwei Eingänge. Die Nordramp und die Südrampe. Aber wenn wir die Nordramp begehen... Hey, ich sehe keinen Eingang. Wo ist der Eingang? Hier zum Beispiel? Hä, wo? Ich sehe keinen Eingang. Ja, du fährst doch hoch schon. Hey, ich sehe keinen Eingang. Wie er sich aufregt! Guckt euch das Hut an! Wuuuh! Also du fährst einfach irgendwo rein und wir machen's so, wie's gerade geht. Ja, wir machen einfach so. Wir rennen da jetzt rein und schießen die einfach alle ab. Auf jeden. Oh, cool. Du bist so kompetent. Ich glaube, das ist die Nordramp. Also... Achtung! Du musst deine Maske aufziehen! Nein! Wie geht es? Mit G! Äh, G? Ja, ja, ich hab sie an. Achtung, es geht los! Ach du Scheiße! Die Bayern... Nein! Nicht auf mein Auto! Lauf! Nicht auf mein Auto! Lasst mein Auto in Ruhe, Ficker! Oh Gott! Ich bin fast down! Oh Gott! Oh Gott! Alter, ich bin fast down! Wie sieht's bei dir aus? Geht! Was?! Ich bin down! Wie scheiße war ich denn bitte? Ist das dein Ernst? Ich glaub, du bist richtig unfähig. Nein! Ich bin normalerweise richtig gut, aber... Okay, warte! Alter, sind da noch viele! Alter, warte! Ich weiß was! Ich weiß was! Du kümmerst dich! Du bist down! Ja! Das läuft ja richtig gut, Alter! Alter, was? Leute, wir sind so unfähig! Das kann nicht wahr sein! Wir nehmen also dieses Mal die Südrampen und versuchen sie aus der Deckung raus. Oder? Das ist... Nein, es ist sowas von... Neustadt, Neustadt. Wo ist es? Was ist denn? Schneller, Neustadt! RT! Was ist das? Nein! Schneller, Neustadt! Was ist RT? RT! Ja, right trigger, du Opfer! Oh! Ja, gut! Alter, wir fangen jetzt aber von vorne an! Das würde mich richtig anpissen! Richtiges Genie! Ah, okay! Okay, es geht los! Alter, Leute! Okay, schreibt mal bitte in die Kommentare, wie unfähig wir sind! Das kann nicht wahr sein! Aber echt! So, wo ist mein Wagen? Äh, nicht hier, hab ich so gehört! Doch! Komm jetzt! Ich hab das Gefühl, wir sollten unsere Masken und unsere Waffen so bisschen... Ach was, das juckt nicht! Weißt du was? Ich mach's einfach so! Versuch mir diesmal die scheiß Südrampe und versuch's aus der Deckung raus! Das hat ja diesmal so nicht funktioniert! Ja, also wir machen's auf jeden Fall so! Die Südrampe! Ja, okay! Hier ist... Was ist hier die... Welche Rampe ist das hier? Warte, warte! Lass mich mal kurz fahren, bitte! Nein, nein, nein! Das ist hier... Ah, du Fotzenkind! Mach doch jetzt mal Hähne, bist du irgendwie kacke! Deine Mutter ist kacke! Mach hinne! Mach hinne! Der macht mein Auto kaputt, ich schwör's euch, Leute! Es tut mir leid, wenn das passiert! Boah, Alter, warte! Was sagst du denn?! Ach, scheiße, das ist eine Feuer, Leute! Ach, nee! Ich wollte... Boah, du bist so dumm, Alter! Schaut ihr euch an, diese Homo! Alter, wir sind so unfähig! Du bist... Oh, mein Onko! Geh raus aus meinem Auto! Raus! 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 Und ich töte dich! Ich schaff das! Alter, Dinger, du kannst doch nicht alleine da hochrennen, du Spasti! Alter, nee, was ist da los bei uns?! Oh Gott, das wird so traurig! Ich bin auch kurz gestiegen! Tut mir leid! Nein, fahr weiter jetzt, du Stück Scheiße, ich komm dir hinterher! Hä? Aber nein! Aber nein, aber doch, aber ja, aber nee! Kann ich da weiterfahren? Okay, ich verfahren! Ja, aber pass auf, ich will sie mit der Sniper erledigen! Achso, ja, dann mach das! Weil wir kommen jetzt von der Seite, wo sie nicht sind, ne? Ja, müssen wir! Warte mal, du kannst doch noch irgendwo auf die andere Seite gelangen! Okay, du auf die andere Seite, lenk sie von vorne ab und ich sniper sie weg! Ja, geil! Okay, machen wir! Lass dich bloß nicht töten! Bist du in Position? Noch nicht, noch nicht, noch nicht! Ich bin aber jetzt auf der Höhe wie du! Sekunde! Also, ich bin jetzt fast oben! Ja, ich bin auch fast oben, aber ich bin oben! Ja gut, bring dich in Position! Ja, Sekunde! Okay, ich bin in Position! Okay! Bist du bereit? Bin da! Okay! Bist du bereit? Und los geht's! Ah! Headshot! Erster Headshot! Pass auf, das... Oh scheiße, das sind welche links von mir! Du bist tot! Ja, Entschuldigung! Ich lass sie ablenken, dann muss ich mich doch opfern! Au! Ich lebe aber wieder! Ja! Oh Gott! Wie und wie sind wir bitte?! Warte ich? Wir haben verkackt, du Schwurzel! Haha! Ja, warte dann, dass wir diesmal schnell starten machen! Schnell neuer Start! Alter, ohne Spaß, wie scheiße sind wir bitte? Ich glaub, wir sind richtig scheiße! Okay! Okay! Ah ne, fuck! Das ist Position 1! Das ist das bitte auch! Okay! Ich hab schnell neue Start gemacht! Echt? Okay, find ich gut! Oh Gott! Leute, das kann nicht wahr sein, wie scheiße sind hier! Kann man doch keinem antun! Ne! Ey, ist das dein Ernst? Ne! Oh scheiße! Okay, Leute! Hat super funktioniert! Wir bleiben jetzt einfach zusammen und ballern einfach rein! Scheiß auf alles! Das hat ja das erste Mal schon richtig gut geklappt, dieser Plan! Ja, weil ich weggegangen bin! Ich war dann auf der anderen Seite, du Schwuchtel! Okay! Wir haulen jetzt rein, okay? Ja! Alter, das kann sich echt... Ich hab gehört, diesmal fahren wir mit meiner geilen Karre! Ja, oder auch, einmal nicht! Na! Steig halt ein, du Schwuchtel! Bei der meiner sieht so schwul aus, dass der... Überschein! Ja, aber echt! Und... Aber... Wenigstens wie bei dem Bart nicht! Es tut mir leid! Halt dich schnauze! Mein Bart ist richtig cool! Wow! Nein! War das der Beste, Alter! Der ist richtig hässlich! Du bist richtig hässlich! Du bist richtig hässlich! Ja, aber... Das hat ja nichts damit zu tun! Doch! Meine Figur ist geil, Alter! Schreib das mal in die Kommentare! Also wenn überhaupt irgendjemand in die Kommentare schreibt... Schreibt... Und schreibt, dass der hässlich aussieht! Nein! Der sieht voll gut aus! Oh Gott! Oh! Haben wir uns noch Masken auf? Ja, haben wir! Gut! Wir können jetzt hier den ganzen mal parken! Einfach! Okay! Bist du bereit? Ähhh... Ja... Go for it! Wie läuft's? Ich bin tot! Was?! Ich weiß nicht wie! Ich weiß nicht wie! Richtig! Scheiße! Alter! Was kannst du bitte, Konsti? Ja, Entschuldigung! Shit! Oh! Oh! Das Problem ist! Ich darf jetzt nicht sterben! Du darfst bloß auch nicht sterben! Oh Gott! Ich bin lowlife, Alter! Dann geh in Deckung und nicht ballern! Ja, geh ich auch! Oh mein Gott! Guck mal, ich schmeiß jetzt eine Granate! Okay, warte! Wie viele sind's denn noch? Ich hab ein paar erwischt! Ich hab noch... Hehehe! Einmal mal... Einmal mal reinballern, Alter! Okay, ich snipe jetzt einmal da rein! Ja, das ist so mäßig! Oh Gott! Okay, der war irgendwie gedeckt, warum auch immer! Okay, der ist auch down! Down! Okay, einer fehlt noch! Das... Alle scheinen down zu sein! Ich hab ihn! Jawoll! Okay, wir haben's! Wir haben's! Alter! Leute, wir sind so kacke! Alter, wir sind so kacke, Konsti! Ja, tut mir leid! Ich bin irgendwie bescheuert! Oh geil! Geil! Wir müssen hier so schnell wie möglich raus! Da kommen mehr! Oh shit! Okay, wir müssen uns jetzt richtig beeilen! Oh scheiße! Äh... Scheiße! Schnauze! Das Gute ist, der ist gepanzert! Das heißt, keine... Die können die Reifen nicht kaputt schießen! Sind wir schon ganz unten? Ja! Nein! Oh doch! Oh Gott, ich bin so kacke! Ja, bist du! Nee, bin ich nicht! Schnauze, ihr Wichser, Alter! Es gibt doch die Schnauze! Und wir fahren weg! Oh geil, wie das in der Ego-Perspektive aussieht! Man sieht nix einfach! Oh! Was?! Schieß mal auf die, du Spacken! Ich schieß auf die, du Spacko! Aber du fährst wie so ne Kartoffel! Hehehehe! Nee, die fährt besser, Alter! Oh Gott! Schnauze! Wer schießt denn da schon wieder auf uns? Ich schieß auf die, du Opfer! Also! Alter, wie viele sind hier? Bitte! Das ist ja der Obershit! Hab den Fahrer von dem einen! Find ich gut! Wahrscheinlich war das sein erster Treffer! Hehehe! Ah ja, oh shit! Endlich, Alter! Oh, sauber! Total unfehl, Alter! Hehehehe! Halt die Schnauze! Boah, Alter! Was?! Du! Halt die Schnauze! Ich hab Angst gehabt! Mann! Ja! Ja! I'll look after this! Alter, ich hab mir 16 Minuten für den Scheiß gebraucht! Das müssen wir nicht verarschen! Das ist so schlecht! Ja, Entschuldigung! Ja! Ja, Entschuldigung! Platin, du Schwunzel! Oh nein! Naja, gut, bei dem anderen war ich besser! Also das gleicht sich dann ja so! Alter, wie viel EP, äh, ERP bekommt man dafür! Heftig! Äh, voll wenig! Ich hab 1000 irgendwas bekommen! Ja, hab ich auch! Ja, hab ich auch! Ja, hab ich auch! Mein Schwanz ist so klein! Alter, wie hässlich du aussieß, ne? Ja, es tut mir leid, aber... BAH! Ist zwar so klar! Ich hab Laulife, Alter! Ich sterb gleich! Hehehe! Wenn du letztes Mal bei so einer Aktion hast du mich schon gequemt! Äh, was müssen wir denn jetzt machen? Müssen wir wieder... Ah, wir müssen wieder ins Haus, ne? Hä, wo ist mein geiles Auto? Steig ein! Hat er! Ne, ich fahr nicht mit dir mit! Kann mich auch gleich selber umbringen, Alter! Okay, tut mir leid! Warte kurz! Warte kurz! Nix, warte kurz! Nix, warte kurz! Du hast mein Auto verscheidigt, du miese Hure! Ich hab mehr als 5000 Euro bei mir, du Opfer! Ja, und? Echt jetzt? Ja! Ich hab nur 3... Nein, die Bullen suchen mich! Hast du auch verdient! Ne, du verdienst einen Kocke in den Arsch zu kriegen, Mütter! Steig ein jetzt, wir fahren jetzt schnell zu uns nach Hause und dann... Das muss kostet mein Geld einzahlen! Machst du jetzt so Scheisswucht, das kannst du auch aufm Weg machen! Hab ich grad alles, schäfer deine Warte! Du bist so ne fette Warte! Halt die Schnauze, Alter! Also Leute, ihr seht schon, wir verstehen uns blendend! Wir haben jetzt auch ordentlich richtig verkackt, Alter! Ja gut, aber sag ihr halt euch halt sicher, oder? Halt die Schnauze! Okay, wir können ja nichts so tun, als würden wir uns vertragen, okay? Ja, halt die Schnauze! Okay, Kontin, ich hab mich hier echt voll lieb! Ich mag dich gar nicht! Oi oi oi! Die hab ich gar nicht kommen sehen, Alter! Hört mich selbst, aber heute in der Schule hast du mir mehrmals gesagt, dass du mich lieb hast! Ja, ich hab dich auch lieb! Danke! Aber er weiß es nur nicht! Ich? Naja, du? Ich weiß es nicht! Ne! Ist doch die Schnauze, oder was? Ne, eigentlich nicht! Okay, gut! Nicht gut! Wir müssen jetzt, wir müssen jetzt, äh, na, dass die Bullen dürfen uns nicht sehen! Äh, ich glaub, die sehen uns nicht! Ich glaub, die sehen uns nicht! Ich glaub auch, dass sie uns nicht sehen! Ey, nicht schießen! Schießen ist böse! Schießen ist nur! Schießen ist nur! Für, äh, Lappen! Lappen! Also, wie viel du kannst, zum Beispiel! Ja! Ach, du bist immer so assel! Weiß, tut mir leid! Pfff! Ich hab mir so einen Schreck auch! Okay, wir müssen jetzt ganz schnell! Ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell! Pfff! Ja! Ganz schnell, ohne gegen den Baum zu fahren, müssen wir jetzt in die Garage! Aber jetzt grad können wir! Wenn die Bullen... Wenn wieder rot leuchtet, dann sind wir gefickt! Du! Fick! Huren! Bullenschwein! Scheiße! Was? Hä? Was ist da alles gut? Nein, da suchen die mit ihren Scheinwerfern die Wichser! Ach so, ja! Okay! Da ist noch einer! Oh nö! Okay! Ich wollte jetzt eigentlich die Folge wenden! So, wir fahren jetzt kurz in die Butze und dann würde ich einfach sagen, äh, war's das schon mit der Runde! Äh, mit der, mit der Folge! Weil wir zu unfähig sind! Wir sind richtig unfähig! Wir hätten das so schnell machen können, aber wir sind richtig kacke! Im Ernst, was war denn das? Äh, ey! Kann das jetzt keiner geben! Im Ernst! Ach ja, Leute! Wir sind richtig Scheiße am Start! Und, ähm, wenn's euch aber trotzdem gefallen hat, dann lasst doch bitte ne Bewertung da! Würde uns auf jeden Fall extrem freuen! Bis zur nächsten Folge, da geht's auf jeden Fall weiter! Und, ciao! Mein Gott! Generator! T thatís wasann! Thatnee quer aus! Geente. Find, daô! God! Bis zum nächsten Mal.